Mein Name ist Rainer Taufer-Zülfer. Ich bin als freier Medizinjournalist und Heilpraktiker tätig. Meine Öffentlichkeitsarbeit bezieht sich in erster Linie auf alternativmedizinische Therapiemöglichkeiten, die im Mainstream verleumdet werden und ich den Versuch gestartet habe, diese wissenschaftlich und auf freier Forschungsbasis, aber auch klinischen Studien basierend aufzuklären und einen Gegenpol der polemischen Berichterstattung des Mainstreams zu bieten. Auch über meinen Telegram-Kanal habe ich sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht und mit heutigem Datum hat mein DSL-Anbieter 1&1 meinen Anschluss aufgelöst. Ich kann nicht mehr ins Internet hinein, ich kann nicht mehr telefonieren. Mein E-Mail-Account ist demzufolge auch nicht mehr nutzbar. Ich bin sozusagen von meiner geschäftlichen Tätigkeit völlig abgeschnitten, somit auch meine politische Arbeit, aber auch mein Einkommen als Heilpraktiker gefährdet ist. Wenn ich versuche zu telefonieren, folgende Ansage von 1&1 zu hören ist. Lieber 1&1-Kunde, aus Sicherheitsgründen haben wir Ihre ausgehenden Gespräche gesperrt. Bitte wenden Sie sich an den 1&1-Kundenservice. 1&1 ist rund um die Uhr unter der Nummer 0721 9600 erreichbar. Somit bin ich zurzeit noch telefonisch erreichbar, kann aber nicht mehr nach außen telefonieren. Nach Angabe von 1&1 wird auch in den nächsten Stunden oder in den nächsten 1-2 Tagen der eingehende Anruf nicht mehr stattfinden können. Ich bitte um Verbreitung dieser wichtigen Informationen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bitte um Verbreitung der Anruf nicht mehr stattfinden.